Verdammt! Mann! Ähm... Ein Strich ist gleich eins. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Strich ist gleich eins. Ja, was... Was für ein Strich? Also, was soll das? Eine Seite? Eine Seite oder... Keine Ahnung. Wir haben ja auch wirklich nur diese Symbole. Wir haben ja hier auch keine Ziffern dran oder ähnliches. Eine Seite? Kann das sein? Aber warum stehen... Warum stehen die Zahlen so... So entgegengesetzt? Also warum haben die eine andere Blickrichtung? Versteh's nicht? Fünf. Wir untersuchen das nochmal. Fünf. Fünf. Fünf Seiten vielleicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein. Hier. Das ist doch ein Fünfeck, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Traurig, dass ich das nachzählen muss. Ich weiß. Und dann drei Seiten? Drei Ecken? Und dann acht Seiten, oder wie? Sechs? Haben wir überhaupt acht Seiten? Hier, das hier, oder nicht? Fünf, drei und acht. Macht doch Sinn, oder? Oder liege ich falsch? Oh, was? Oh Mann, was? Keine Ahnung, aber... Fünf, drei, acht. Oder nur bei den beiden? Weil nur diese beiden in die Richtung zeigen? Aber was soll denn die acht sein? Was soll denn die acht sein? Schon kann das ja nicht sein. Wir können das auch einfach... Ich glaube, bei den anderen liege ich richtig. Bei fünf und drei. Bei acht weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Ich probiere das jetzt ganz stumpf aus. Ich weiß, ich bin absoluter Rätselmeister. So. Nein. Ist das gemein. Das glaube ich eher weniger. Drei kann es auch nicht sein. Was ist mit Kreis? Ich weiß... Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt stimmt. Soll das eine Seite sein? Kann ja sein, dass das irgendwie die Seitenanzahl ist. Also von den Formen. Okay. Warum jetzt die Null? Weil... Weil acht aussieht wie zwei Nullen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gar nicht lange rumprobiert oder so. Juhu. War schön. Ich freue mich gar nicht auf die anderen Rätsel. Was? War... Freundchen. Mach keinen krummen Dinger hier. Das erst mal nachladen. Ganz ruhig. Keine unüberlegten und voralligen Sachen. Wieso kann das nicht... Wieso kann das nämlich kombiniert werden? Jetzt. Zeig dich, Unhold. Uh, du bist es. Okay, ciao. Ciao, ciao. So, wo sind wir denn jetzt? Ach. Ach, schau an. Na, wurdest du von Monstern verletzt? Hm? Wurdest du verletzt? Ja. Warst du doch keine Illusion, was? Wer ist jetzt hier der Verrückte? Hm? Und jetzt zieh dich aus und gib dir... Gib mir deine verdammte Softshear-Jacke. Oh, ich sehe richtig ernst aus. Ha! Ha! Gib mir deine Softshear-Jacke. Los. Okay. Gut. Wir schauen gleich, was er hat. Erstmal schauen wir uns ein bisschen um. Erst der Loot und dann die Verletzten. Nein, nein. Was ist? Hast du wieder einen Bolzen im Arm? Keine Antwort. Du bist in Schock. Wir müssen deine Verrückung nehmen, bevor du ausbrechen kannst. Ähm, okay. Sprichst du jetzt nicht mal mit uns, oder was? Plötzlich ist er sich viel zu schade für uns. Seine ekelhaften Bolzen in der Suppe, die kann er uns andrehen. Aber wenn er dann irgendwie verletzt am Boden liegt, will er nichts mehr von uns wissen. Oh, ein Spiegel. Oh nein. Oh nein. Spiegel gleich Michelin-Männchen. Ich möchte nicht. Sollten wir vielleicht erst einmal speichern gehen? Und ganz ehrlich, ich finde das auch so ein bisschen fragwürdig, wenn ich hier als, ähm, das ist so eine Frage an die Männer, an die Männer der Runde. Würdet ihr hier gerne stehen, urinieren und dabei so einen fetten Spiegel neben euch haben? Das ist doch voll seltsam, oder? Und wenn man hier dann so zu fünft steht und dann... Dieser riesige Spiegel. Das ist ein bisschen fragwürdig. Aber, ich meine... Ist nur meine Meinung. Okay, was zum... Was zum Geier ist... Kann ich was mitnehmen? Das sieht aus wie eine Waffe. Aber eine richtig kranke Waffe. Ich will sie haben. Gib her. Mach auf. Wie komme ich da rein? Hallo? Warum ist hier überhaupt schon wieder so ein Käfig? Was ist hier los, hm? Was ist hier los? Vielen Dank. Ich will da rein. Oh, schaut mal. Die Ritterrüstung will eine Umarmung. Ich komme leider nicht ran. Sonst gibt es hier aber erst einmal nichts. Ich denke mal, da können wir wieder mit dem Spiegel rein. Können wir mit dem Spiegel rein? Ich würde es so gerne speichern, um ehrlich zu sein. So. War das eine gute Idee? Was? Da fließt frisches Mountain Dew, Freunde. Mh, lecker, lecker, lecker. Okay, die ist verschlossen. Hallo? Oh mein. Was zum Geier? Was zum Geier? Oh mein Gott, was? Darauf war ich nicht vorbereitet. Oh, ekelhaft. Oh, 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 oh. Was ist das hier? Nein, ich habe nicht gespeichert. Was ist das hier für ein Raum? Ich habe Angst, ich will speichern. Ciao, Freunde. Was ist das hier für ein Raum? Boah, ist das ekelhaft. Alter, was ist das hier? Wo bin ich hier gelandet? Ja, da werde ich... Ja, das ist eine gute Idee. Hä? Was ist das denn hier? Oh. Eee. Oh. Mir fehlt ein Arm, ne? Hier, neben das Skalpell. Können wir dran kleben. Keine Ahnung. Oder hier. Bitteschön. Als Arm. Ein Arm, einfach so eine Crowbar. Ich will eigentlich gar nicht weitergehen. Was ist so gut gerade? Ich muss weitergehen. Ach, okay. Hm, lecker, lecker. Durch die Tür kommen wir irgendwie nicht. Da ist so ein fettes Rohr davor. Mann, Musik, hör doch auf. Entschuldigung. Noise, noise. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich leide leise vor mich hin, wenn das okay ist. Schrotpatronen. Na super. Was zum Teufel? Was geht hier schon wieder ab? Ah, wa... Sind das... Oh Gott. Ah, was zum... Geier. Ein Metall, zu dem das steckt im Mund fest. Das Seil verhindert... Naja, da haben wir doch was. Hier, komm. Toll, was ist das? Eine Pergamentrolle in einer dekorativen Metallhütte. Okay, was können wir damit machen? Ah, ja. Der diebische Affe. Der Richter las das Urteil mit fester Stimme vor. Seine Fingerspitzen glitten schnell über die kleinen Unebenheiten, die die Oberfläche des Papiers bedeckten. Der Anwalt der Verteidigung war wie hypnotisiert von den wütenzuckenden Lippen des Richters. Die Mutter des Angeklagten schrieb hektisch Großbestaben auf einen Zettel, den sie verzweifelt über ihren Kopf hob. Der Hammer rief zur Ordnung. Sein Opfer fügte sich. Und so fiel die kalte Klinge unweigerlich ins Genick des Unschuldigen. Oh. Oh. Äh. I'm sorry. Ich wusste nicht, dass der Affe unschuldig ist. Der sah verdächtig aus. Was machen wir jetzt mit dieser Pergamentrolle? Also das Spiel befindet sich meiner Meinung nach horrortechnisch auf so einem moderaten Level. Aber das hier alles, das ist gerade absolut abgefuckt. Ich weiß gar nicht, was hier gerade los ist. Das sind irgendwelche Hände. Die können wir aber auch nichts weiter mitnehmen. Oh ja, Morphium. Morphium. Was ist Morphium? Was ist das eigentlich? Ich verstehe das nicht. Was ist das? Das ist doch keine Toilette, oder? Ich finde das irgendwie seltsam. Hier ist alles seltsam. Oh. Ein Hammer mit Fälzern im Griff. Damit können wir den Bertram 1 überhämmern. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal. Das hat hier gerade auch irgendwie alles kein Ende. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich kann da auch gar nicht schießen, oder? Ey. Ich müsste... Ich müsste das Licht anzünden. Aber wie komme ich da ran? Komme ich an dem vorbei? Ja. Der sieht mich auch gar nicht. Easy. Ah, knapp daneben. Anfänger. Anfänger. Die Viecher provozieren das potenziell immer gesund, würde ich sagen. Wie er dann auch mal sein ganzes Kleingeld fallen lässt. Easy. Ist das ekelhaft. Ein menschliches Gesicht, das in einem Rahmen aufgespannt wurde. Wer tut nur so etwas? Gute Frage. Da hängt jemand. Der Kopf dieses Körpers steckt in einer Stinge. Selbstmord. Was geht denn hier jetzt gerade ab? Häufig in verschiedenen Medikamenten. Da haben wir noch eine Truhe. Das ist gar nicht... Das ist gar nicht beunruhigend. Gar nicht. Minimal, würde ich sagen. Das hält sich ja, das sind Grenzen. Also, wenn ich irgendwann mal keine Let's Plays hochlade, dann hätte ich hiernach ein Trauma. Und bin selbst in die Psychiatrie gegangen. Ah, hier kann ich den trotzdem hauen. Auch im Dunkeln. Ah. Können wir nicht trotzdem zuhauen? Dich? Dich hole ich später. Dir werde ich's zeigen. So. Jetzt werden wir diesem musigen, ekelhaften Ding mal ein paar Arme geben. Raum 2D. Was ist denn eigentlich mit Raum 2D gemeint? 2D Raum? Verstehe ich nicht so ganz. Egal. Gehen wir weiter. So, und du? Hast du, äh, ein Geschenk für uns jetzt? Äh, was? Zwischen den Teilen ist immer noch ne Lücke. Hier. Hier. Ist doch egal, steck rein. Hier hast du nen Hammer. Können wir hauen. Hammern. Äh. Ähm. Hier. Was machen wir denn mit dem? Da fehlt immer noch was. Alles klar. Alles klar? Baut er mich jetzt, wenn ich das wieder aufhebe? Ja. Okay. Okay, ähm. Was ist, äh... Magst du das hier haben? Das? Das hier? Ach. Keine Ahnung. Kombinieren. Äh, puh. Keine Ahnung. Draufhauen. Weißt du was? Ich glaub, wir kommen später wieder. Also der Bereich gefällt mir gerade von allen am besten, muss ich sagen. So morbide das auch klingen mag. Ach, wie erklär ich das dem Priester? Wie erklär ich das dem Bertram, ey? Du, Bertram? Da sind so um die 20 Menschengesichter im Keller aufgeklebt. Aber kein Grund zur Panik. Ach, der hat einen Arm verloren. Das sehe ich ja jetzt erst. Und meine Güte, ist der klein? Hä? Irgendwie sieht der voll gestaucht aus, oder? Sieht aus, als ob der voll die süßen Babyfüßchen hätte. Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt mit seiner Statur nicht. Ähm. Okay. Also wir müssen den Arm unten befestigen, damit er dann auf magische Weise irgendwie einen Zauberarm oder sowas bekommt. So muss es sein. Freeze! Oh, wo ist er denn? Ach, da ist er. Oh, das sind zwei! Wieso treffe ich nicht? Oh, war das knapp. Der andere da... Hallo? Der andere da einfach abhaut. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ah, jetzt hat er es gesehen. Du, das ist unter das Hilfeleistung, ne? Gibt es unter Monstern keinen Ehrenkodex? So, okay. Können wir das... Hallo? Ich bin der König der Welt! Können wir da rein? Ist das gewollt, dass wir oben rumlaufen? Können wir, ähm... Anscheinend nicht. So einfach so, als ob das nicht passiert wäre. Hallo? Ein halber Körper. Mhm. Ein halber Körper. Noch mehr halbe Körper. Und eine Eistruhe. Eine Kühltruhe. Die sieht irgendwie verdächtig aus. Es ist aber auch ein angenehmes Krankenhaus. Hier wäre ich auch gern stationiert. Ich verstehe. Ich verstehe.